Wer Vibux baut, der kauft so gerne dieses Paket, der braucht der Vibux, der braucht Vibux, und zwar diese... Und jetzt abonniert! Fortnite mit mir... und nicht alleine. Ja, so wurde ich auch grad dabei. Also warte, ich guck grad hier ins Stream, Alter. Alter, ich bin grad bei Emre, Leute. Ich war grad in seiner Lobby. Viel zu geil, Junge, viel zu wild, ich bin da grad richtig ausgerastet. Kann ich mich als Pästchen fallen? Hallo, hallo. Was soll man dazu sagen? Okay, wir sind erstmal Verteidiger, das ist geil. Das Video, was ich heute hochgeladen hat, hat acht Stunden gedauert, ey. Boah. Sollte ich mal sagen? Ich mach' ihn hier mit Verlustung. Ich in den Chat-Wertmann-Tammel. Ja. So. 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 Du. Wo? Ich hab' mich grad ver torebt. Vielleicht sag ich ein ... und das sollte doch so geil geschickt. äh ok wie habe ich das bis jetzt getaunt Junge das streamt der auf dem Hintergrund dann mach ich doch über kopfhörern mach doch zwei kopfhörer drauf ich hab keine Zwecke obwohl doch eigentlich aber ja eigentlich warum mache ich das ich gerade nicht schaffe mit dir ok warte leute Problem wird mir nicht gefickt von SuperLeon der ein iPhone hat und mal gucken wo seine iPhone-Kopfhörer sind das hat sie gefunden Warte ich hätte gerade nicht sein mein Kopfhörer rausgefahren auch komm ich mach gleich ein stream warte ich bin leider weg also die Leute hier jetzt das Video gucken ich nehme das am dem siebten auf und äh ja es ist eine Vorproduzierung aber egal Hauptsache ihr habt ein Video also beschwert euch nicht also ich werde auf jeden Fall gleich auch streamen und da kommen wir vielleicht in eine Runde vielleicht mit den guten alten Leon spielen wie immer ja ok das ist der kaputte Kopfhörer ich mach gleich ein äh hier oh ich hab den in die mod bekommen ich mach gleich ein stream ok ok also das heißt ich werde auch ein bisschen mehr Populität brauchen deswegen nein ich hab den in die mod bekommen diesen warte mal der hat glaube ich Code gewechselt 1, 2, 3, 4 ich hab zwei Kopfhörer gerade nicht schließlich die noch an das sieht bestimmt aus wie so ein wie so ein komischer Typ wie ein Hack mit Popel ich hab echt grad echt so ne ich hab auch wie ein Hacker oh hey ich kann nicht in seine mod ach das war bei dir man alter ist es den er ist Gruppenkeile oh mein Gott ja das hat sch oh die Gruppenkeile ist halt Gruppenkeile ist halt schlau mit äh das ist halt echt schlau was er gemacht hat die 5 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 wir vielleicht gleich ein bisschen gruppenkeile spielen wenn du lust hast kannst du damit wir gehen lackierung holen ich will ein ich will heute mal zu gewinnen und thema ist lila wieder party ich habe keine party dinge habt ihr das kass gesehen ich habe keine partie dachten und ich muss nur aufgenrein war und manchmal wieder so viele herausforderungen und die weg fliegen von spitzsacke ich schwöre die alte hänge gleiter ist so sie da brauchst du doch nicht der hänge das aber der kanal sieht das heißt man guckt nicht mehr bei ihnen als ob wir in der vierten runde schon gewonnen haben ja schau leute das was mit dem video es war kurz aber fein ich hatte ok 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 also ich habe mich jetzt unentschieden ich mache einfach aus dem 6 minuten video einfach keine ahnung 50 minuten video ich mache einfach noch den rest der spielzeit und nehme das auf da hält er die klappe kleine opfer bäume hier sind etelka Mann? Hast du meinen abonniert? Boah Gaming Ball Er baut einfach hier wieder Was ist das für den Rücken? Also es war Die neue Fijic-Ensen hat hier die Caves ultra verändert Nein Wie klar war das? Die Caves Die Caves Die Caves Die Caves Die Caves Wow. Ah, wenn ich den Stream hätte, hätte ich euch. Ja, guck mal wieder. Boah. Ja, guck mal wieder. Ja, guck mal wieder. Als ob der so eine scheiß Entfernung hatte. Junge, diese Scheiße. Junge, ich war zehn Meter entfernt von diesem Scheißding. Ey. Mann. Jetzt muss ich mir wieder eins kaufen. Wieso? 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 Wieso ist das geil? Um zu spielen. Ist ja geil, aber nicht so. Wenn man... Ey. Mama, nicht so. Kyle Cameron. Ja, weiß ich. Der hat einfach ne... Der hat einfach ne Heavy Sniper. Ja, klar. Leck mich doch. Ja, tüttü. Oh. Nee, nee, nee. Schau ihm sein Loot an, ey. So. Na, kurz gespeichert, die auch. Wunderbar. Was ist schon wieder mit meinen... Ey. Leute, die Physik endet. Ich schwöre. Schaut die euch an. Ey. Die Chaos Engine. Ey, Juni. Die verdreht meinen Umhang, als wär's ein Burrito. Bei B brauchen die meine Hilfe, aber... Ja, mal. Ja, mal. Kager, ich mach kaputt. Wenn man sich gönnt, dann gönnt man sich, ne? Oh. Haha. Ja. 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 Ah, der neue Moe mit dem Handy ist zu geil. Okay Leute, das war es auf jeden Fall Jetzt auf jeden Fall mit dem Videoshop